Hallo, heute bin ich im Bortus Restaurant. Wie geht es da? Was für Essen gibt es in eurem Restaurant? Wir sind in einem Geflügel-Restaurant. Hier haben wir Geflügel-Spezialitäten mit schönen leckeren Beilagen. Wir haben ein Salat-Diffet, frischer Salat. Und wir haben eine ganz, ganz leckere Beilage. Vorne stehen eure Hähnchen direkt auf. Unsere Hähnchen sind ganz frische Hähnchen, keine tiefgefrorenen Hähnchen. Die Hähnchen haben eine Spezialmischung, Gewürzmischung gibt es nur bei uns. Und die sind sehr lecker gebraten. Emma, möchtest du ein Hähnchen probieren? Ja, lecker. Ich wünsche dir einen guten Apothek. Ich wünsche dir etwas auf dem Kabel essen. Natürlich nicht. Lecker. Warum sind sie denn so knuspert? Das ist unser Geheimnis. Das war bald, das Restaurant. Tschüss!